Ihr wollt wissen, wie es mit dem AKW weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe die letzten paar Kraftwerke aufgebaut. Also die stehen jetzt alle, die Apparellos. Hier alles schön da und wie ihr seht, hier diese kleinen Türmchen. Ich habe schon mal für die Wasserleitung und für unser Input und Output Splitter und Merger hingestellt. Also oben läuft dann der Müll zurück und unten laufen unsere Brennstäbe rein. Deswegen ist unser Plan für heute. Auf dieser Seite, an dieser Wand, möchte ich gerne die Manufaktoren hinstellen, die wir brauchen für unsere Brennstäbe. Das sind zehn Stück. Und dann je nachdem, wie es zeitlich aussieht, machen wir noch die elf, wie heißen die Dinger hier, Teilchenbeschleuniger. Die würde ich dann quasi mehr so auf die Seite hier irgendwo hinpacken, gucken, wie wir es hier so zwischensetzen, weil da müssen wir unseren Müll reinlegen. Und den will ich ja möglichst nah dran haben. Ja, eigentlich wollte ich die Geschichte hier komplett so von hinten aufrollen, aber ich muss ja dran denken, wo brauche ich welche Sachen. Deswegen wäre es besser, wenn ich die Manufaktoren da vorne hinstelle, das Zeug möglichst kurz hier direkt rein und das andere Zeug möglichst kurz direkt wieder raus. Vielleicht packen wir auch direkt daneben, Hauptsache wir haben Platz für Bänder. Dann holen wir uns jetzt mal, was brauchen wir denn nochmal mit den Manufaktoren an? Was brauchen wir denn dafür? Motoren, die schweren Rahmen, Kabel und Grundstoff. Okay, kriegen wir hin. Das ist jetzt nur nicht was in welcher Kiste drin ist. Eigentlich müsste ich mir hier noch Schilder dran machen. Würde es ein bisschen einfacher machen. Können wir vielleicht noch tun. Da sind keine Motoren. Da sind Kabel. Kabel haben wir mal ein bisschen. Haben wir hier. Was ist der? Ach, das war Beton. Genau. Da sind die Motoren. Was habe ich jetzt gesagt? Motoren. Fünf Stück mal zehn sind 50. Räuchte ein Steck. Tja. Halb so will. Davon brauchten wir zwei Stecks. Würde ich nochmal irgendwie für ein Kabel brauchen. 50 wären 500. Haben wir mehr. Also brauchen wir jetzt noch 500 Kunststoff. 2, 2, 4, 6. Haben wir. Fangen wir damit an. So, ganz schön weit hier alles. Das ist jetzt so, dass die, wenn es möglich ist, alle nebeneinander stehen. Oder soll ich die übereinander setzen? 5, 5. Könnte man auch machen. Und dann kommt das da vorne raus. Wir wollen, das hier ist ja, zumindest hier unsere Logistikreihe. Das heißt, wir müssen die so ansetzen, dass sie hier stehen. Moment. Das ist die Logistikreihe. So. Okay. Da ist die Kante. Da ist die Kante. So möchte ich sagen. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 9. Also brauchen wir nicht über zwei Etagen. Nein. Nachdenken. So. Zehn Stück. Was wir aber jetzt auch direkt machen, wenn wir schon mal hier sind. Und das Ganze nämlich noch hier um diese eine Reihe erweitert. Dann ziehen wir die auch direkt vor. Weil hier läuft unser Spaß raus. Okay. Zehn. Zehn. So. Dann sollten wir hier an der Stelle auch direkt das Ganze zusammenlegen. laufen lassen. Ähm. In die Richtung. Drei. Ja. Okay. Dann läuft das nämlich schön hier vorne lang. Unten rum an die Stellen, wo wir so was brauchen. Hier hin, da lang. Das heißt aber auch, wir brauchen hier einen Splitter, der von da aus reinkommt. Dann setzen wir den hier noch schön mittig. Das passt sogar gut. Dann setzen wir den hier noch schön mittig. Dann geht das nämlich durch bis da vorne. Da brauchen wir dann keinen mehr. Da geht's rein und dann wird das da drin aufgeteilt. Gut. Hol ich jetzt die Bänder, okay, nee, Bänder und Rohre mache ich wieder ohne euch. Vorbereitet habe ich das ja. Okay. Dann gucken wir mal eben, hier müssen wir jetzt, ähm, wieder spicken. Das ist irgendwie ein Alternate Rezeptes oder so. Da sind die Dinger. Da ist das. Das ist nämlich ein Alternate. Das, äh, Uranium Fuel Unit. Gucken wir mal, wie es auf Deutsch heißt. Uran Brenneinheit. Wunderbar. Das Zeug brauchen wir dafür. Jetzt denke ich hier raus. Okay, dann brauchen wir... Wie kann es um? Was ist zu datoren? Oh, was? Habe ich mir da nur angetan? Egal. Er macht 0,6 pro Minute. Der ganze Spaß wird sowieso noch mal lustig, wenn wir das Ganze dann mit Strom versorgen wollen. Okay. Das hätten wir. Jetzt gucken wir uns mal an. Ich habe gesagt, 11 von denen, äh, von denen hier brauchen wir. Holy Crap. Ähm, ja. Dann gehen wir mal einkaufen, ne? Also, 11 mal 25. Von den Funksteuereinheiten. Sind 275. Nein. Ja, das können wir gleich mitnehmen, dann habe ich schon mal. Nein. Nein, die brauche ich, glaube ich, auch. Dann wird wahrscheinlich auch noch was dabei sein. Nein. Auch nicht. Auch noch unbraurig. Aber erstmal, gehen jetzt alles Schritt für Schritt durch, ne? Eins, zwei, drei. 275, wie gesagt, ne? Ja. 1100 von denen und 110 von denen. Und dann brauchen wir die anderen drei. Die sind alle nebeneinander. Die zwei ist alles relativ nah hier dran. Auf jeden Fall nach hier hinten. Da. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. What the heck? Warum fehlen mir vier? Wofür habe ich die denn verbraucht? Warum habe ich jetzt vier zu wenig? Ich habe eigentlich immer eher zu viel geholt als amter Mist. Das sind 550. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Davon brauche ich... Falsch. 20 sind 220. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Wo habe ich die denn weggebraten? Ja, aber ich behaupten, kann ich alle nehmen. Weil... Sind zehn... Ja, passt schon. Und jetzt noch die Supercomputer. Die waren... Irgendwo. Dann waren sie dort. Nein, waren sie nicht. Wo habe ich die denn übersehen? Ja. Okay. Warum fehlen mir vier? Rezepte waren auch blöd, ne? Statoren habe ich hier, glaube ich, keine. Gucken wir mal eben. Wir haben ja hier hinten... Ja. Ähm... Davon haben wir genug. Wir brauchen das und das. Gerade können wir uns da unten holen. Ähm... Warten wir da... Stahlrohr müsste ich aber auch genug haben. Wir holen uns jetzt hier Stahlrohr und basteln das eben. Falsch. Ein solcher sollte reichen und... Ach, wo hat man den Draht? Äh, nee, Draht war... Dort. Davon brauche ich ja auch noch eine ganze Menge, aber... Den können wir uns zur Not von da vorne holen. Ähm... Dann bauen wir uns mal eben Produktion, hier Werkbank. Das ist doch kacke. Ähm... Statoren. Wie viele... Ähm... Was habe ich gesagt? Ähm... Und dann rüber, die Ballernung gut ist. Okay. Haben wir. Abreißen. Ne. So. Wie machen wir es am besten? Wir stellen uns jetzt hier drauf. Oder nee? Wir gehen hier nach oben. Und dann gucken wir uns den Spaß an. Ähm... Da bist du. Oh, verdammt. Du bist riesig. Da ist der Eingang. Da hätten wir das, das machen. Da lassen wir uns mehr Platz. Ähm... Wir brauchen auch mehrere Sachen, die da reingehen. Also lassen wir uns da Platz. Das sollte passen. Äh, 11 Stück. Die werden nicht so nebeneinander passen. Ähm... Hochscrollen, dass man es lesen kann. Damit brauche ich nämlich nicht zählen. Da. Acht. Ähm... Dadam, dadam, dadam. Pardon? Nein. 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 Wie sieht denn das hier auf der anderen Seite aus? Kriegen wir den noch dahin mit genug Platz? Wenn ich die Zusatzze passe... Ah, das ist knapp. Aber es geht. Wir haben genau einen... Einer fehlt noch. Okay. Du stehst da ein bisschen einsam. Macht mir nichts. Das ist perfekt. Schredder. Nein, das ist nicht perfekt, weil... Die müssen ja weiterverarbeitet werden. Die Linger gehen ja jetzt wieder in 12 Assembler. Was sagt eigentlich unsere Zeit? Ah, haben noch ein bisschen was. Also... Wenn wir jetzt hier noch 12 Assembler dazukriegen, dann können wir... Hm, das sind ja hier... Genau, das sind, äh... Die Kollegen, Fabrikatoren. Wenn wir die mit da reinkriegen, dann können wir ins Ende einen Schredder setzen. Ähm... Dann haben wir richtig gesagt 12 Stück. 12 mal 10 sind 120. Ja, schon mal gut. 12 mal 4 sind 48. Das ist auch einfach nur ein Stack. Und das ist einfach 96. Das dürfte auch ein Stack sein. Also, von den beiden Sachen jeweils ein Stack holen. Einen, die sind ganz vorne oder 30 noch. Ein Stack. Passt. Dann haben wir hier. Ein Stack. Passt. Was braucht der Schredder? Der Schredder... Auch Schrauben. Schrauben sind ein Problem. Das ist aber auch ein Problem. Wo wir uns... Warum... Warum stehen die Schrauben eigentlich nicht hier drin? Danke. Weil hier unten steht ein Schredder. Habe ich jetzt... Habe ich gerade falsch geguckt? Aus dem Shop war das nicht gut. Easy. So. Perfekt. So. Das heißt, wir haben hier unten... Das Zeug, was da rauskommt... Aus denen, das sind... Okay, die müssen dann nochmal da rein. Die Kollegen gehen direkt... Durch da hinten rein. Okay. Kein Problem. Da müssen nochmal ein paar andere dazwischen. Aber grundsätzlich können wir sagen... Wenn wir hier anfangen... Mit Fabrikatoren... Zwei... 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 Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Ja, das machen wir so. Dann können wir nämlich den Schredder schon mal dorthin setzen. Da bist du... Da bist du... Da geht's rein. Genau. Dich hätte ich auch möglichst gerne... Äh... So gegenüber. Passt. Dann holen wir uns für die anderen Elf. Nehmen wir hier noch den Spaß. Wir drehen jetzt auch nicht so ein Eis. Ja, ist mehr als ich brauche. Weiß. Achso schon. Ach, wahrscheinlich ist das sogar gereicht. Ich würde auch sagen, das machen wir jetzt noch. Dann ist das doch gut. Gucken wir mal. Kriegen wir den jetzt noch hier schön dazwischen mit genug Platz? Das sieht natürlich nicht so aus, ne? Weil... Ja, dann hätte ich den Platz, aber... Ähm... Das kriege ich da nicht hingebaut, ne. Okay. Schade, dass das nicht klafft, aber dann fangen wir halt hier an. Wir fangen da an. Das ist schon alles okay. Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Und dicht dazwischen. Perfekt. Perfekt. Das ziehen wir bis dahin. Eins... Zwei... Drei... Drei... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... So... Ich dritt zwei da hinsetze. Zwei... Habe ich da auch mehr Platz. Habe ich da auch mehr Platz. Passt. So... Hier macht das hier, gibt das raus, das wird dann vereint, geht in diese rein. Wird mit dem Zeug vereint und ein Teil geht hier rein. Da müssen wir gucken, wie viele wir jetzt da anschließen und wie viele da und dann haben wir das. Das heißt, ihr alle hier, also die Kollegen, müssen die beiden Sachen hier sagen. Äh, sagen, genau, machen. Ihr hier, macht mir da raus, aber, ähm, Otonium-Fuel-Tunits, was von der Alternative, Otonium-Brenn-Einheit, genau. Kopieren. Dahin, 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 dahin. So, das ist nämlich das, was wir dort in den Schredder jagen können. Den wir hier vorne schon mal ganz praktisch, wenn ich es jemals wieder finde, einen Fusionator hinsetzen, der direkt dort reingeht. Ziehen wir auch durch, du gehst direkt da rein. Und das geht mit der ganzen Reihe hier weiter und auf der Seite steht dann die andere Truppe für das Zeug, das da wiederum rein muss. Das kann ich aber zum Beispiel unten drunter machen. Oder hier zwischendurch ziehen, da für einen unten drunter und dann da hinten wieder hoch, das geht auch, ja. Damit hätten wir das. Und, ähm, ihr hier müsst encased Plutonium-Zell machen. Und zwar mit dem Standard-Pretonium-Zell. ummantelte Plutonium-Zelle, das sind die Kollegen. So. Das stelle ich jetzt aber später ein, wo sind wir denn hier, äh, da. Ja, das sieht doch zeitlich auch gut aus. Bei den beiden da hinten, komm, da stellen wir jetzt auch noch mal eben, gucken wir eben, wie wir die hinkriegen. Wir müssen in vier Stück, müssen, ähm, Plutonium-Pellets machen, die dann wiederum in diese Reihe hier reingeht. Das heißt, da würde ich dann am besten, ähm, die ersten vier hier nehmen. Du machst Plutonium-Pellets. Ähm. Plutonium-Pellets. Drei. 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 Und du hier hinten machst die alternative Plutonium-Zelle. Das, äh, kopieren wir uns auch direkt. Jetzt hier rein. Drei. 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 Pellets machen und 6,8 5,7 müssen halt die Zellen machen. Aber dann kriegen wir das alles hin. Das Zeug geht alles dort rein, das Zeug geht dort rein und dann dort rein. Perfekt. Hier haben wir damit grundsätzlich den hinteren Teil für unseren Müll schon mal angelegt. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich mache bis zum nächsten Mal ein bisschen Gebänder und Gedönse. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich sage mal, das war's für heute. Wenn ihr euch verheilen habt, dann lasst mal ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss. Outro Outro Outro